Musik 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 Was hat ihr da schön froh gesagt? Ich habe die Kinder gemüßt. Und da sehen wir da raus. Ihr seid dann über diesen Wald da raus. Bis zur Kirche. Überhaupt ist es. Das ist jeder. Das ist der Hauptzeit. Das ist der Hauptzeit. Das ist der Hauptzeit mit der Bahnhof. Das ist der Hauptzeit. Entschuldigung, entspannt. – Das ist der Hauptzeit. – Da bin ich nicht hier raus. – Sie sind da. – Es ist der Hauptzeit. Musik – Das ist ein Donnis, die ich mir hier. – Das ist es der Hauptzeit. Das ist der Hauptzeit. Musik – einerBERAT – Musik Nein, 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 niemals Aber wenn man hinten bremst, dann rutscht man rein. Ein bisschen auslassen, oder? Ich jetzt vorne oder hinten? Beides! Ein bisschen mehr hinten. Aber ansonsten, das ist sehr agil. Man kann doch da nicht entspannt schauen. Zweites deutsches Fernsehen. Du, wach das! Ich erzähle mir eine Geschichte. Du musst auf! Runi Altich! Der alte Runi. Du, ja auch mit dem Schmack. Ich habe letzte Woche eine Patientin gehabt, die genau das gemacht hat. Und dann mit einem dreifachen Kieferbruch nach München gefahren wurde. Vom ADAC. Wieso? Wir haben doch einen Zahnarzt dabei. Ja, nein, da war nichts mehr. Die war Kieferchirurgie München. Mit mehrere Pflanzen im Gesicht. Jogbein. Kiefer dreimal. Die hat gar nicht gefallen, weil es sind alle schwarzen Sitze. Sie haben mich gefühlt, wenn ich bei Reisen sitze. Kannst du gerne vorbeifahren? Nein. Ich habe da nachgeschaut. Ich habe auch keinen gesehen, wie bei Reisen sitzt. Helle, helle, helle sind helle. Helle, so drüben. Die ganze Gruppe, die hat sich gerade unter den Frosanarien gefahren. Es gibt nur drei Dinge, die wichtig sind. Das wird aber auch ein Gäse. Ja. Sehr gut. Die sind dran und dran. Die sind Landesweiten. Wie sieht der Schuss aus? Wo ist die Schuss? Wo ist die Schuss? Ja, ja. Ich habe die Schuss gegen den Seinen. Mal zurück. So. Es ist ein schlechtes Schuss. Die Strecke ist ein Gürtner Straße. Die Strecke ist ein Gürtner Straße. Das ist ein Gürtner Straße. Das hat ich eh schon wundert. Ja, das musst du vorher sagen. Sagenhaft. Sagenhaft schnell. Und schmierig. Nicht zu fahren. Nur zu fahren für Biker. Für die Hardcores, oder? Hallo. Und wie war's? Das können wir zur festen Institution machen. Was sagst du? Ein echtes Schmankheit. Ein echtes Schmank. Jetzt sehen mich aus. Warte, warte. Ein Bier ist es. Was sagst du dazu? Was sagst du dazu? Soll ich mal deine Wunden kühlen ein bisschen? Nein, 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 nein. Du hast nicht alles erzählt von der rasanten Abfahrt. Alles nur was. 30% Gefälle. Ehrlich. Ich weiß wirklich, ich hab's auf dem Fahrrad. Und wie viele Stürze? Ein sauberer Abfeiger und ein Beeringstürz. Ein Beeringstürz. Aber ein guter Halt raus. Ein Luder geht raus, oder? Genau. Jetzt zeig mal dein Therma-Shaving her. Es werden sämtliche Wunden fotografiert, oder? Genau. Was ist da passiert? Die Wunden. Nein, die Schulter muss noch her. Ah, die Schulter. Ah, die Wunden. Franzi, zeig mal deine Wunden her. Hier. Franzi, deine Wunden. Hier. Betreutes Sturzfahren. Betreutes Wunden, betreutes Fahren. Guter Guide. Ganz toll. Er hat sehr zu viel. Gute Sache. Guter Biker. Netro und sympathisch. Muss man sagen. Versucht er noch ein bisschen. Hast du eine Visitenkarte? Natürlich. Ja, dann gib mir eine. Es gibt Åhl. Es ist hier ein bisschen wert. Also sind wir. Gute Zeit, dass sich blau. Untertitelung des ZDF, 2020